Hallo zusammen, hier ist wieder euer Channel und ich bin wieder für euch in Shadowlands in der X. Und zwar gibt es heute wieder so ein kleines Opening Video. Wir wollen mal wieder den Great Wall aufmachen und ich hoffe, dass ich da was Gutes drin habe. Im Moment bin ich ja ein bisschen defensiver für den Raid aufgestellt, für, ja, Mythic Sylvanas. Und da ich relativ schlechte Death Trinkets habe, versuche ich mal, wie die letzten Male im Tank Spec, einen Death Trinket rauszuziehen. Eine Waffe würde ich auch nehmen, eine Halskette wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht. Da habe ich ja normalerweise mein Legendary, wenn ich ein bisschen offensiver spiele. Aber für Sylvanas wäre tatsächlich dann auch die Halskette zumindest ganz nice. So, ich würde sagen, wir schauen mal rein. Ich war letzte Woche wieder ein paar im Plus Dungeons. Wir sind ein paar 20er Indies gelaufen und da konnte ich auch ein bisschen was in Time machen. Jetzt gucken wir mal, was haben wir hier gekriegt. Wir haben einmal eine Brust mit Tempo Crit, die kann ich schon mal komplett in die Tonne klopfen. Und wir haben den Ring mit Mastery Crit. Also, die sind halt beide extrem kacke. Jetzt bin ich überlegen, was mache ich? Also eigentlich bringt mir das gar nichts, ne? Hm. Da nicht. Ich könnte theoretisch, ganz theoretisch, könnte ich das in den Plus anlegen. Das wäre einiges an Item Level höher, hat aber halt kein Versa drauf. Aber im Raid kann ich es knicken, ne? Weil ich die Sockel halt brauche. Okay, und der Ring. Naja, ich habe halt einen 252er mit Versa, mit viel Versa sogar. Und einen 249er auch mit Versa. Also der Ring bringt mir gar nichts. Gut, ich könnte jetzt hier noch diese Teile nehmen, aber die bringen eigentlich auch nichts. Komm, ich könnte für ein Plus zumindest ein bisschen was können es bringen. Haben wir zwar kein Versa drauf, aber overall halt mehr Stats, ne? Naja, komm. Sehr enttäuschend, sehr, sehr enttäuschend. Jetzt kriegen wir wieder einen 20er Key. Mal gucken, was wir kriegen. Ich habe nämlich genau noch einen offen. Ähm, was haben wir? Seuchensturz. Das bringt mir leider nichts. Jetzt muss ich bloß mal gucken. Ich kann es euch mal zeigen. Ich habe letzte Woche wieder ein paar Dungeons gemacht. Und, ja, da haben wir es. Jetzt sieht es gut aus. Da steht überall 20 drin. Die sind auch alle in-time. Also ich glaube, ich habe drei in-time gemacht. Ich meine, Nebel haben wir in-time. Theater und ich meine Hallen, ne? Und jetzt fehlt mir eigentlich nur noch eine Spitzen, aber die machen wir auch noch. Dann haben wir die so netten Heldentaten kompletto. Also diese hier, ne? Da gibt es ja auch immer einen Port. Und, ja, mal gucken. Dann bin ich auch mit dem Plus zumindest soweit durch. Gut, das war es mit dem kleinen Opening-Video. Der Loot war jetzt leider nicht sonderlich berauschend. Ähm, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr so bekommen habt. Vielleicht habt ihr ja irgendwas Krasses drin, wo man dann auch was mit anfangen kann. Und, ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es, ähm, heißt Opening Great Vault. Und, ja, bis zum nächsten Mal. Euer Tela. Bis dann. Äh, tschau.